die stehlampe oder 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 hier irgendwelche ikea schränke oder so was ich esse und krieg beim essen einfach noch mehr ja wenn das mal kein werbeversprechen ist dann weiß ich auch nicht dann gehe ich zu einer verkäuferin und sage entschuldigen ich hätte gerne gut mein spiel ist übertrieben alter alter ich bleib komplett stehen alter eins ist garagen für das andere keine ahnung ich kann das war jäger verbindungs alle ich kann nichts mehr machen krass aber rausgeflogen ich bin noch drin mit manfred mir überall zugemacht wurde ich hab voll ich bin nicht mal gesehen der saß direkt unten an den stairs hä? nico was ist das für eine ansicht? nico! what the fuck? das ist die ganze Seite oh mein gott geh nochmal zum objective nico nico da liegt kein koks auf dem weg oh bitte lass das so in der killcamp sein oh nein oh krass oh 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 he oh oh he he Der hat die Bartmatte nicht gesehen Idiot Lesion haben wir noch Gaming Hier Wir sind weg wo ist der letzte gaming aber schon eine minuten wie es jetzt einfach aussieht ich habe einfach immer noch ein schalldämpfer auf mann ist jetzt drauf was er noch gekontert ok dann muss jetzt an ja es ist jetzt an er muss noch haben wir gut gemacht leute oder nein Ich bin beim Schnee, ich bin ja weiter Janik, wieso führst du Connector nicht? Connector, ja Hier hinten bei Bars kommt das Pfeil So, Termine Schuss Ob er angehittet? Puls noch an der Feuer Einer genau vom Klockenfenster, den hole ich mir jetzt zu, der ist der drin Das ist der Fetscher Nee, der ist überhaupt nicht Du halt Doch, ich brauch' nicht Pritzel Ach Gott, das war's aber nie Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto Warum gehst du nicht zu Onkel Werther in die Werkstatt? Er gibt dir ne Festanstellung, wenn du ihn darum bittest Junge Und wie du wieder aus isst Und wie du wieder aus isst Ich hätte das Fenster gerne aufgerissen, aber egal Ich hätte das Fenster gerne aufgerissen, aber egal Wird auch nicht aufkommen Es liegt nur noch die vorne im Garten Oha Das war Ying Nico, nicht ans Fenster Na klar Das war Hibana Das war Hibana Höhen Tobi Turmant oben Ich verdammt Niiiiiieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieiie Leerberg 5 Geisha ist clear Wissen und Jumps Das ist Leerberg Was ich trotzdem habe Fuck, Alter, von innen Das verlieh ich noch. Kommst du hier rein, Danny? Ja, danke. Trotzdem für den Call. Guter Call. Ich trau ihn mal lieber. Ich hab Zeit. Das war's. 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 Ich will erstens die Schüsse nicht vergolden. Ich will erstens die Schüsse nicht vergolden. Und zweitens wollte ich erstens zu Orten rumfauen. Okay. Ich find's immer noch dumm, dass die nicht mal 10 Schüsse hat. 15. Es waren immer noch 10. Es waren 15 Schüsse. Es waren 15. 10. 15. Du hast keine Ahnung vom Spiel. Ich hab heute früh noch ein Let's Play gesehen von Sivonek. Wohl. Das ist krass. Diskutierst du jetzt noch weiter mit mir? Warte auf, vergiss das. Ich geh einfach rein. 1. Was ist das? 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Doch, der Yannick muss einen ausgeben. Wenn er dabei ist, dann muss Yannick einen ausgeben, ja? Ja. Jetzt kommt Yannick zu Yannick, wenn ihr euch irgendwann mal trefft, ich bin auf jeden Fall nicht dabei. Ich schieße ja auch nicht die Cam down, die wird dauerhaft davon gepinkt, das ist eine Standardcam, das ist nämlich mal irgendwie eine gut versteckte Valkyrie oder so. Ist gedroppt. Ich glaube noch nicht mal absichtlich. Okay. Jetzt rüber zu White Stairs und ich gehe mal so lange aufs Klo. Zieht das mal in die Länge, bitte. Warte, warte. Ich habe es gesehen, dass er auf dem Monty, Monty in Kitchen, äh, äh, Monty in Kitchen. Ich habe den Checker getrackt. Ja, ich habe den Kitchen vorbereitet. Bester Call, ich schwöre. Oh mein Gott! Ist wieder getetschert, oh jetzt gehts auf! Ich geh kurz aufs... Mhm Nice Als ob ich immer und überall Jäger spiele Ähm, das Fenster hier genau Und das Fenster ist auch Ja, da war gerade einer am Fenster Oh Oh mein Gott, kann er euch jetzt fast Oh mein Gott, uff Was war das der Dropball, oder? Das ist die Finca, die will aber irgendwie nicht aufstehen Und die Cam hier vorne, die wird hier von allen ignoriert, oder was? Ja Das ist ja... Ja, genau Doch, aber sonst wäre die ja kaputt gegangen Vertraut auf... äh... passieren Ja, warum soll ich denn das? Eine Beziehung, vertraut auf passieren So ist es einfach Also du hast bestimmt ne Sprengmatte dabei Mach das mal auf hier Ok Hahaha 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 Ich krieg mich grad nicht ein, sorry Hahaha Ich krieg mich grad nicht ein, sorry Oh Gott Puschen reicht's erst Hush Der letzte ist draußen vom Fenster Der letzte ist draußen vom Fenster Echt? Den hole ich mir Warte, ich kann pingen Warte, schaffe, direkt durch links Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Oh, was? Haha, jetzt Warte, 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 warte Untertitelung des ZDF, 2020